Illegal an eine Waffe kommen. Lars Winkelsdorf behauptet, in Deutschland ist das in kurzer Zeit möglich. Es waren tatsächlich regalweise Schusswaffen zu sehen. Mehrfach übereinander gestoppt. Das ist ein normales Antiquitätengeschäft in München. Haben Sie auch Wehrmachtspistolen? In letzter Zeit eher selten. Wir sind immer darauf angewiesen, was uns angeboten wird. Ist es möglich, in drei Tagen an eine illegale Waffe zu kommen? Für mich ist es vollkommen unmöglich, in so einem Laden wie hier einfach so eine Pistole zu kaufen, weil ich keine Waffenbesitzkarte habe, habe ich auch nicht so großes Interesse dran. Ich möchte aber gucken, ob es für mich möglich ist, illegal eine Waffe zu kaufen und begebe mich deswegen jetzt auf die Reise, um zu gucken, wo ich das machen kann. Lars Winkelsdorf treffe ich in Leipzig. Er ist Waffensachverständiger und will mir zeigen, wie man an eine illegale Waffe kommt. Natürlich will ich keine Waffe kaufen. Ich will herausfinden, ob es möglich ist. Sie haben ja gesagt, eine Waffe kaufen in Deutschland geht in wenigen Stunden. Richtig. Es ist so, dass durch die Masse von illegalen Waffen in Deutschland im Grunde durch die Handelsstrukturen über Gebrauchtwarenhändler, über Secondhand-Läden tatsächlich ein sehr geringer Zeitaufwand notwendig ist, um illegale Waffen finden zu können. Aber was heißt die Masse? Von was kennen Sie denn aus? Wir haben in Deutschland alleine durch die freie Verfügbarkeit bis 1972, 1976 um die 20 Millionen illegaler Waffen. Waffen auf dem illegalen Markt sind vor allem diese früher frei verfügbaren, Überbleibsel aus den Zwei-Welt-Kriegen oder Altbestände von verstorbenen Jägern. Wenn mich dabei jemand erwischt, was passiert? Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahre. Also wenn wir heute quasi die Kohle rüberreichen würden? Dann haben wir ein Problem. Wir fahren zu einem nahegelegenen, ganz normalen Flohmarkt. Lars, der Waffenexperte, hat früher Schießtrainings gegeben. Er erstellt heute Gutachten und recherchiert in der Waffenszene. Heute sind wir undercover. Die wollen heute nicht erkannt werden. Und deswegen filmen wir damit. Lars' These. Bei Haushaltsauflösungen fallen immer wieder Waffen ab, die dann bei Trödlern angeboten werden. Ich denke mir, ey, das ist doch ein schlechter Witz, ein schlechtes Klischee. Lars meint das ernst. Tag 1. Die Uhr läuft. Ab jetzt heißt es, verdeckt drehen in der Markthalle. Alle Stimmen, auch seine, sprechen wir nach. Verdeckte Tonaufnahmen sind verboten, Bilder unter bestimmten Umständen aber erlaubt. Moin, ich sammle Waffen. Habt ihr irgendwas aus der Jahrhundertwende? Luftgewehre? Ich interessiere mich für alles bis 1945. Nee, hab ich nicht sowas. Früher war das anders, aber heute hab ich da keine Lust mehr drauf. Die Gesetze sind so schwammig geworden. Da blickt keine Sau mehr durch. Er erzählt uns, vor der Gesetzesverschärfung habe er Dekowaffen verkauft. Dekowaffen, das sind ehemals scharfe Waffen, die unbrauchbar gemacht wurden. In einigen Fällen haben geschickte Buster die aber wieder schussbereit bekommen. Einen stand weiter, Nazi-Orden, Militärhelme und Dolche werden hier verkauft. Gerade hier könnte etwas zu machen sein. Waffen habe der Mann auf Nachfrage aber nicht. Wir ziehen weiter. Wegen der Hitze gibt unsere versteckte Kamera den Geist auf. Und gerade jetzt wird's so richtig spannend. Wir fragen doch mal nach Sammlerwaffen. Nee, ich hab keine Waffen. Ich hab zu viel Angst vor der Polizei. Sehr schade. Ich suche sowas wie eine P08. So eine hatte ich mal. Die hatte einer gefunden und meinem Vater verkauft. Die hab ich aber vor einer Weile in Frankreich für einen Sportpreis weitergegeben. Stattdessen zeigt er uns einen Vorderlader. Eine Einschusswaffe. So etwas darf auf Märkten nicht verkauft werden. 100 Euro will er für das Ding haben. Wir kaufen nicht. Danach erlebt Lars noch etwas sehr Bedenkliches, was wir im Auto nachbesprechen. Ein Händler hat mir angeboten, dass er entsprechende Waffen mir zeigen kann. Die hätte er nicht hier. Die wären in seinem Ladengeschäft und wir haben uns dann verabredet. Wahrscheinlich ist es dann eher so, dass hier die Anbahnungen stattfinden und der Käufer dann zu ihm kommen muss. Auf seinem Zettel bietet er unmittelbar an Jagdsachen, Messer, Fernglaser etc. Das etc. sind natürlich illegale Waffen. Ob das stimmt, werden wir später versuchen rauszufinden. Ich hab noch eine Nachfrage zu dem uns angebotenen Vorderlader. So sieht das Ding übrigens aus. Auf Flohmärkten darf so etwas nicht verkauft werden. In Geschäften an Erwachsene schon. Aber dass wir den besitzen, das wäre in Ordnung. Damit jemanden umlegen könnte man auch trotzdem. Genau, das wäre möglich. Aber es ist eben so, dass das ein deutlicher Hinweis darauf ist, dass hier illegal mit Waffen gehandelt wird. Sie haben aber sehr viel Angst, sind sehr vorsichtig. Also man fürchtet hier tatsächlich einen Verfolgungsdruck durch die Behörden. Apropos Behörden. Während ich im Auto sitze, kommt mir ein Gedanke. Wir rennen hier in Leipzig drei Stunden über den Flohmarkt und fragen nach Waffen. Und keiner droht uns die Polizei zu rufen. Und mehrere Händler haben uns noch erzählt, dass ihnen immer wieder scharfe Waffen angeboten würden. Lars Winkelsdorf hat das Experiment Illegale Waffe kaufen schon öfter gestartet. Gemeinsam gucken wir uns an, was ihm 2013 angeboten wurde. Aber auch danach sei er immer wieder fündig geworden. Wir haben also hier ein Handelsgeschäft in München, in dem wir also festgestellt haben, dass im großen Umfang mit solchen Waffen gehandelt wird. Es waren tatsächlich regalweise Schusswaffen zu sehen. Mehrfach übereinander gestappt. Das ist ein normales Antiquitätengeschäft in München. Was wir hier sehen, ist eine Maschinenpistole PPSH aus Beständen der Roten Armee, 2. Weltkrieg. Die wurde dort angeboten. Und die nächste Waffe, die er angeboten hat, war eine Kalaschnikow. Die hätten sie bezahlen können, in Kompferraum und fertig. Nach seiner Behauptung Deko, aber nicht viel Deko. Die war gebrauchsfähig. Hier sehen Sie so ein Sturmgewehr Kalaschnikow. Und hat er Ihnen erzählt, wo er das her hat? Nein. Darum ging es auch nicht? Nein, darum ging es nicht. Man könnte ja unterstellen, wenn Sie mir zeigen, wie das geht, dass es eine Anleitung auch für Kriminelle ist, wie man an eine Waffe kommen kann. Was ist die Motivation dahinter, dass Sie da so drüber reden und dass Sie das auch zeigen? Ich möchte in erster Linie, dass die Politik darauf reagiert, dass dieser parallele Waffenhandel, der seit Jahren, seit Jahrzehnten besteht, endlich von der Politik auch als Problem aufgegriffen wird und dass diese Waffen legal aus dem Verkehr gezogen werden können. Seine Story mit der Kalaschnikow versichert er mir sogar eidesstattlich. Wir treffen uns später wieder. Zweiter Tag, neuer Anlauf. Ich suche ohne Lars eine Waffe im Netz, im Darknet. Ich muss einmal oben durchs Shirt so durchfallen lassen. Das ist Max' Programmierer. Ich muss dann irgendwie in die Tasche kommen, genau, am Kabel nochmal so weit ziehen, dass es um sich rausfallert. Alles klar, Waffe im Darknet kaufen klingt einfach oder man tut oft so, als wäre es sehr einfach. Gab ja auch schon ein paar prominente Fälle, wo das gemacht wurde. Zum Beispiel der Amokläufer, der in München unterwegs war, hat seine Waffe dort gekauft, hat dann neun Menschen damit erschossen und dann sich selber. Nach dem Amoklauf war die Aufregung groß. Waffen im Darknet. Mit Max will ich checken, ob es heute noch geht oder ob die Behörden ihren Job gemacht haben. Die Dali-Maske trägt Max, der eigentlich anders heißt, weil er wenig Lust hat, dass seine Kunden ihn in einem Film sehen, in dem es um Waffen und das Darknet geht. Eigentlich ist er Fan vom Darknet. Meinungsfreiheit, Schutz für Whistleblower, weniger Überwachung. Gleichzeitig ist er gegen Waffen. Kaufen werden wir nicht, weil wir dann uns strafbar machen, definitiv. Aber wir können ja mal gucken. Ja, man braucht halt einen Browser, der das Tor-Netzwerk erreicht und das ist halt der Tor-Browser. Es ist halt so, dass es meistens Linksseiten gibt und die werden wir jetzt mal versuchen zu finden, um dann zu gucken, ob wir jetzt einen Shop finden. Okay, aber man kann sozusagen sowas ähnliches finden wie Ebay, also so eine Art Marktplatz, wo Sachen angeboten werden. Und man kann sowas suchen wie, weiß ich nicht, Zalando, Otto oder sowas. Genau. Wo man einfach ganz normal in einem Shop Geld hinschickt und dann die Ware geschickt bekommt. Das gibt es auch, ja. So, und da sind wir am Ziel. Die Adressen der Webseiten im Darknetz sind kryptisch. Lange Links aus wirren Buchstaben und Zahlen. Darum brauchen wir die Linklisten zu den Shops. Und der erste Shop führt uns zu einer Waffe. Ich sehe eine Waffe. Ja. Balter PPK Kaliber 7, 65. Neu und ungebraucht und unregistriert. Könnt ihr jetzt hier quasi für 600 Euro die Knarre kaufen und würde dann für 50 Schuss? 40 Euro. 40 Euro bezahlen. Wenn man die gleiche Waffe legal kauft, dann kostet sie gebraucht 250 Euro. In unserem Darknet-Shop werden insgesamt drei Waffen angeboten. Im Impressum steht, dass die Waffen aus den Niederlanden und Deutschland per Post verschickt werden. Wenn ich was im Darknet bestelle, dann müsste das ja irgendwie zu mir kommen. Bringt mir das einer oder wie läuft das? Ja, meistens ist da der Postweg. Meinst du, das ist richtig? Also ist das Verarschung? Ja, das ist halt die große Frage jetzt. Wenn man da bestellt, kann es ein Scam sein. Kann der Shop der Polizei gehören? Man weiß es halt nicht. Also die PS3 ist auch autorisiert, solche Shops aufzusetzen und dann sagt man... In Deutschland nicht. Aber in anderen EU-Staaten? Ja. Also das ist jetzt nicht unsere erste Wahl, kann man sehen. Dann lasst doch nochmal diesen Shop hier probieren. Ja. Okay, hier muss man sich auch registrieren. Wir probieren zwar mit Gun Girl. Ja. Oh. Ups. Ja, da gibt's was anderes. Maschinengewehre, Sturmgewehre und Kriegswaffen. Der Shop sitzt laut Infoseite in den USA. Ist das krank. Das ist erschreckend, ja. Eine P90, ein Maschinengewehr, kostet etwa 650 Euro. Bezahlt wird in Bitcoin. Boah, mir wird ein bisschen übel gerade. Weltweiter Versand in weniger als 72 Stunden, nachdem die Bestellung eingegangen ist. Jetzt haben wir halt ein paar Shops gefunden, die halt wirklich nur für sich Shops sind. Und diese haben ja auch relativ einfach auf. Jetzt gucken wir mal, ob's noch Marktplätze gibt. Marktplätze. Hier bieten wie bei Ebay Leute online ihre Ware an. Okay, da war das FBI schneller als wir. Genau. Ja. Da war das BK. Bundeskriminalamt auch schon im Start. Ja, man sieht aber, sie werden auch gefasst. Und dann finden wir doch noch einen aktiven Marktplatz. Der ist übrigens Berlusconi. So, aber hier sehen wir quasi unser Problem. Ja. Also ab dem 17. Juli ist es verboten, Waffen und explosive Sachen anzubieten. Genau. Also ich meine, man weiß nicht, warum die das nicht mehr zulassen, ne? Das kann ja verschiedene Gründe haben, oder? Nee, das kann ja verschiedene Gründe haben. Die einen wollen es halt wirklich wegen der Ethik nicht, die anderen wegen der Strafverfolgung. Ja, man weiß es nicht. Also die Marktplätze kommen und gehen, ne? Vielleicht kommt morgen ein neuer und dann kann man dort wieder welche kaufen. Immer wieder werden große Marktplätze von den Behörden hochgenommen und die Betreiber verknackt. Der Betreiber des Marktplatzes, über den der Amokläufer von München eine Waffe gekauft hat, der sitzt heute im Knast. Sechs Jahre, unter anderem wegen fahrlässiger Tötung. Mein Ausflug ins Darknet ist erstmal zu Ende. Mit ein bisschen Anleitung bin ich erschreckend schnell auf Angebote gestoßen. Ich meine, wenn man das wirklich, wirklich will, ne? Da muss man das Risiko halt gerne eingehen. Ja, dann wird man es eingehen. Ja, genau. Und ich glaube, wenn Leute verzweifelt sind oder irgendwas klaren, dann sind die bestimmt auch bereit da... Ja, Risiken einzugehen. Dritter Tag. Ich bin wieder mit Lars unterwegs. Neue Strategie. Sechszehn. Neunzehn. 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 Wir fahren jetzt direkt zu Trödelläden. Einige sind zu, an anderer Stelle sagen die Händler, dass sie keine Waffen haben. An eine zu kommen ist doch ein Geduldsspiel, das habe ich inzwischen begriffen. Um ehrlich zu sein, glaube ich echt nicht mehr an den Erfolg, an eine illegale Waffe zu kommen. Irgendwie auch ein beruhigender Gedanke. Wo wir jetzt mit versteckter Kamera drehen, sage ich nicht. Nur so viel. Wir werden fündig. Zugegeben nicht ganz das, was ich mir vorgestellt habe. Lars findet in einem Laden ein Stockgewehr. Ein Gewehr, was so tut, als wäre es ein Krückstock. Wir wollen mehr und fragen. Haben Sie auch Wehrmachtspistolen? In letzter Zeit eher selten. Wir sind immer darauf angewiesen, was uns angeboten wird. Es kann sein, dass nächste Woche was reinkommt. Sie können uns gerne in Abständen mal anrufen. Sie haben ja jetzt unsere Telefonnummer. Also der Laden jetzt war ein absoluter Volltreffer. Ja, da haben wir also tatsächlich eine scharfe Waffe gefunden, verbotenen Gegenstand. Die Waffe, die wir gesehen haben, die uns angeboten wurde für 445 Euro, war letzten Endes ein Gewehr, das als Stock getarnt ist. Das sah für mich aus, als hätten die quasi ein Rohr auf ein Stück Holz geschraubt, wenn ich ganz ehrlich bin. Tatsächlich sind das relativ einfache Konstruktionen. Aber wenn man diese Waffe einklappt, diesen Abzug einklappt, dann fällt es einem Außenstehenden überhaupt nicht auf, dass es sich um eine Schusswaffe handelt. Dann geht das als Spazierstock durch. Stellen Sie sich mal vor, damit geht er in die Kneipe, stellt ihn irgendwo hin, hat eine Auseinandersetzung. Urplötzlich kann er mit dieser Waffe schießen. Darum sind diese Gegenstände verboten. Allein für den Besitz dieser Waffe ist eine Strafandrohung zwischen sechs Monaten bis zu fünf Jahren. Und da hier die Waffe gewerblich zum Kauf angeboten wird, kann man davon ausgehen, dass sogar ein schwerer Fall vorliegt. Also wir gehen jetzt rein. Genau. Fragen nach, ob der Dame bewusst war, dass das eine verbotene Schusswaffe ist, die sie dort im Angebot hat. Und fragen Sie dann, wie sie jetzt damit weiter umgehen möchte. Ob sie nicht über die Polizei rufen möchte, dass das abgeholt wird. Im Laden treffen wir auf den Geschäftsinhaber. Täuscht ein Spazierstock vor, ein Gegenstand des täglichen Gebrauchs. Ist eine Schusswaffe. Ja, Sie sehen hier die Visierung, der Lauf ist funktionsfähig. Hier unten die Aufnahme für den Piston ist funktionsfähig. Ist nur eine Frage der Federeinstellung. Wenn die Waffe hier gespannt wird, hier Zündhütchen rein, wird hier vorne abgekrümmt, klappt er da drauf und das Geschoss wird aus dem Lauf getrieben. Wenn ich da schon mehrere gefragt habe und die haben alle gesagt, das ist nicht so. Ich meine, wie viele Leute sollen so was fragen damit immer. Im Endeffekt ist die Polizei dafür zuständig. Die müssten Sie fragen. Alles klar. Dann danken wir. Ja. Und wünschen Ihnen noch ein schönes Wochenende. Wir verabschieden uns. Der Händler verspricht, sich bei der Polizei schlau zu machen. Hätte jemand eine illegale Waffe gesucht, hier hätte er sie bekommen können. Auch wenn ich nicht weiß, ob der Verkäufer sie wissentlich oder unwissentlich angeboten hat. Heute war es nur ein Stockgewehr. An anderen Tagen wurde Lars eine Kalaschnikow angeboten. Es ist tatsächlich unvorstellbar, aber ich habe Experimente gemacht und mein Rekord lag bei 46 Minuten. So schnell hat es Lars dann doch nicht geschafft, wie er angekündigt hat. Das hängt vom Zufall ab. Am Ende haben wir einen schießenden Spazierstock gefunden. Lars sagt, auch das darf man nicht unterschätzen. Mit sowas kann man ein Menschenleben auslöschen. Das Ding ist verboten. Im Netz habe ich überraschend viele Angebote gefunden. Ob es diese Waffen wirklich gibt, keine Ahnung. Eine Sache noch. Ihr erinnert euch an den Flohmarkthändler, der uns seinen Flyer gegeben hat. Lars hat mit ihm telefoniert und er sagte, kommt doch nach Bayern. Ich kann euch was zeigen. Sein Angebot steht. Nach Amokläufen und wenn Menschen mit Schusswaffen in Deutschland getötet werden, dann kommen immer wieder Forderungen hoch, dass die Waffengesetze hier verschärft werden müssen. Das geht überhaupt nicht das Problem der illegalen Waffen, die sich im Land befinden, an. Was für mich eigentlich viel besorgniserregender ist. Mich würde interessieren, wie ihr das seht. Das könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Außerdem könnt ihr unseren Kanal abonnieren. Und wenn ihr euch für Menschen interessiert, die mehr legale Waffen in Deutschland fordern, dann guckt euch doch den Film von Timo von Steuerung F an. Und wenn ihr euch hier seid, dann kannst du Personen mit Chuss misỉ